Hi, ich bin Ruth. Ich bin die Campus-Managerin vom Bosch IoT Campus in Berlin. Ich sorge dafür, dass unsere Campus-Residents gerne zur Arbeit kommen, dass sie sich hier sehr wohl fühlen und dass wir auch neue Bosch-Bereiche für den Campus gewinnen. Dass die Bosch-Bereiche hier Arbeitsplätze bei uns mieten oder einfach hier arbeiten bei uns. Wir sind 350 Campus-Residents und wir kommen aus zwölf verschiedenen Bosch-Bereiche. Wir arbeiten alle an unterschiedlichen Projekten, aber wir haben ein gemeinsames Thema. Und zwar, wir sind alle Digital Enablers und wir treiben alle das Thema Digitalization an. Besonders für mich ist auf jeden Fall das Work-Life-Balance hier. Ich habe einen dreijährigen Sohn und man braucht einfach Flexibilität bei der Arbeitgeber. Und das hat man hier auf jeden Fall. Hier sind wir im Family Office. Nicht jeder Raum sieht so aus. Aber hier haben wir einen Raum im Campus, wo wir die Möglichkeit haben, ein Kind mitzubringen. Das könnte zum Beispiel in den Schulferien sein oder wenn die Kita mal für einen Tag zu ist. Das Kind kann hier spielen oder malen. Das Elternteil kann hier arbeiten. Und das nutze ich auch aus. Funktioniert wirklich gut.